Deutsch lernen durch Hören Autowerkstatt Das ist Niklas. Er möchte heute seinen Freund Pierre in Dresden besuchen. Aber er hat verschlafen. Er springt schnell aus dem Bett und zieht seine Sachen an. Dann setzt er sich ins Auto und fährt los. Die Fahrt dauert zwei Stunden. Zu Beginn klappt alles perfekt. Doch dann muss Niklas anhalten. So ein Mist, ruft er. Der Motor ist plötzlich ausgegangen. Jetzt kann er nicht mehr weiterfahren. Niklas steigt aus und öffnet die Motorhaube. Er kann jedoch keinen Fehler finden. Er holt sein Handy heraus und ruft einen Abschleppwagen. Nun muss er warten. Niklas nutzt die Zeit und bearbeitet ein paar Dokumente für die Arbeit. Nach einer halben Stunde kommt der Abschleppwagen. Er lädt das Auto von Niklas auf und fährt damit zur Werkstatt. Der Mechaniker Karl begrüßt Niklas. Dann sieht er sich das Auto an. Kann er den Fehler finden? Karl untersucht den Motor. Plötzlich ruft er, ich habe den Fehler gefunden. Niklas freut sich. Was ist denn das Problem? fragt er. Es war zu wenig Öl im Auto. Ich habe es nachgefüllt. Jetzt funktioniert alles wieder, antwortet der Mechaniker. Niklas freut sich sehr. Die Reparatur ging sehr schnell. Jetzt kann er seine Reise doch noch fortsetzen. Er verabschiedet sich von Karl und macht sich auf den Weg zu seinem Freund. Warum kommst du so spät? fragt Pierre. Niklas erzählt ihm von der Panne. Ach so, ich verstehe. Dann hast du jetzt bestimmt Hunger. Ich habe uns gerade eine Pizza gemacht. Niklas lächelt. Er hat wirklich sehr großen Hunger. Eine Pizza ist jetzt genau das Richtige. Deutsch lernen durch Hören Ich habe eine Pizza rein. Ich habe eine Pizza. Ich habe eine Pizza. Ich habe einen Pizza. Vielen Dank.